So, Freunde der Sonne, ich habe es letzte Woche schon gesagt, weil es ja Buta war, ich behaupte einfach, dass es dieses Wort gibt weiterhin, Bundestagswahl, gibt es nicht, aber oder Buta war, kann man, sagt, habt ihr das aufgenommen in einen Sprachgebrauch? Nee, ne? Verdammt, muss da noch was machen in Sachen Trends. Aber Buta war ist, ich ziehe es jetzt einfach durch, Buta war, und in guter alter Tradition hängen derzeit wieder überall bunte Wahlplakate, die uns das Blaue vom Himmel versprechen. Und das verstehe ich nicht. Redet doch mal Klartext. Das geht doch in der Werbung auch. Sanifair, sie werden den Gutschein eh nicht einlösen. WhatsApp, du wirst die Schlümpfe-Videos deiner Eltern lieben. Netflix, wir kommen selbst auch nicht mehr hinterher. Die Zeit, sie schaffen nicht einen Artikel, aber die Nachbarn werden sie bewundern. O2, wir lassen dich nie wieder gehen. ZDF Info, Adolf Hitler. Karstadt, wir sind insolvent, oder nicht? Alnatura, wenn dir die Umwelt am Herzen liegt und du reich bist. Seitenbacher, Hals, Maul. Northface, für alle, die die Natur lieben oder gerne Autos anzünden. Primark, Menschen-Lol. Mini, dein Papi ist Anwalt und du studierst privat. Spotify, wir werden dir nie sagen, wo du deine Downloads findest. Balenciaga, teuer, dafür aber hässlich. Niemand weiß, wie man uns ausspricht. Elvis. Amazon, ja klar, Arbeitsbedingungen, aber es ist halt morgen da. Check 24, dann doch lieber Seitenbacher. So, das wollte ich schon immer mal machen. Wenn ihr noch mehr so Litten-Content sehen wollt, dann schaut hier, hier, hier. Nee, wirklich hier. Hier, hier sind wir. Und die Sendung könnt ihr natürlich auch gerne schauen. In ZDF Neo und in der Mediathek. Liebe Grüße an alle. Also hier. Hier. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.